Ein Alarmruf bei der Nummer 112 geht ein. Das ist die Nummer der Feuerwehr. Die Feuerwehr rückt aus. Die Feuerwehr rückt aus, wenn es irgendwo brennt. Die Feuerwehr rückt aus, wenn irgendwo ein schwerer Unfall passiert ist. Die Feuerwehr rückt aus, wenn ein schwerer Notfall vorliegt. Die Feuerwehr rückt aus in Katastrophenfällen. Die Feuerwehr rückt aus, bei Chemieunfällen oder anderen schweren Unfällen. Oder bei schweren Rettungseinsätzen.